Die thailändische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist die von der verantwortlichen Trainerin getroffene repräsentative Auswahl thailändischer Fußballspielerinnen für internationale Begegnungen. Geschichte Ihr erstes offizielles Länderspiel bestritt sie am 16. Oktober 1981 gegen Taiwan. Die Party endete mit einer 0 zu 2 Niederlage für Thailand. Thailand soll bereits in den 1970er Jahren Länderspiele ausgetragen haben. Diese erscheinen allerdings nicht in der FIFA-Statistik. Derzeitiger Trainer ist Nungro Taits Rathongvian. Größter Erfolg für die thailändische Frauenfußballerinnen war der Gewinn der Asienmeisterschaft im Jahre 1983. Damals konnte man Indien mit 3 zu 0 besiegen. Bei den Turnieren 1975, 1977 und 1981 hatte man den zweiten Platz belegt. 1986 wurde man Dritter. Zwar ist Thailand heute noch die stärkste Frauen-Nationalmannschaft in Südostasien. Über großen Erfolge in Asien konnte sich die Mannschaft allerdings nicht mehr freuen. Im Jahre 2004 richtete Thailand die U19-Frauenfußball-Weltmeisterschaft aus. Die Mannschaft des Gastgebers schied aber punkt- und torlos in der Vorrunde aus. Für die Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen 2010 qualifizierte sich die Elf bereits vor Abschluss aller Spiele der Qualifikation. Damit nahmen die Frauen zum sechste Mal in Folge an der Asienmeisterschaft teil. Durch die Aufstockung auf fünf Teilnehmer aus Asien bei der WM 2015 und den Ausschluss Nordkoreas aufgrund der Doping-Vergehen bei der WM 2011 konnte, sich Thailand bei der Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen 2014 durch den Sieg im Spiel um Platz fünf gegen Gastgeber Vietnam erstmals für die WM-Endrunde qualifizieren. Spielkleidung und Trikot Traditionell spielt die thailändische Nationalmannschaft seit jeher in roten und blauen Trikots. Rot wird für Heimspiele, blau für Auswärtsspiele verwendet. Die Farben sind den Nationalfarben des Landes entlehnt. Seit November 2008 spielt die Mannschaft erstmals in gelben Trikots mit leichtem Blau. Gelb gilt als die Farbe von König Bumi-Bohl, da es eine feststehende Zuordnung von Wochentagen und Farben gibt. Dem Montag, dem Tag, an dem der Monarch geboren wurde, ist gelb zugeordnet. Mit dem Ausrüster Nike schloss der Verband zudem erstmals einen Vertrag mit einer ausländischen Firma. Zuvor waren die nationalen Sportartikelhersteller Grandsport und FBT Ausrüster der Nationalmannschaften gewesen. Geschlossen wurde der Vertrag mit Nike im Jahr 2007 und er gilt für fünf Jahre. Schätzungen zufolge geht man von einem Vertragswert über 150 Millionen Baht aus. Turnierbilanz Weltmeisterschaft Asienmeisterschaft Asienspiele Olympische Spiele Südostasienmeisterschaft Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder Länderspiele gegen die Schweiz 20. Oktober 1981 in Taipei, Thailand 0 zu 4 Schweiz Länderspiele gegen Deutschland 15. Juni 2015 in Winnipeg, Thailand 0 zu 4 Deutschland Bisher wurden keine Länderspiele gegen Österreich ausgetragen. Siehe auch Liste der Länderspiele der thailändischen Fußballnationalmannschaft der Frauen Thailändische Fußballnationalmannschaft Schörende gegen die Schweiz 30. Oktober 2016 in der Kirchland